Hi, ich bin der Günther, ich mach's dir nochmal gute. Heute pumpen wir mal wieder ein bisschen Stunde der Wächter am 17. Tag des Pokémon TCG Adventskalenders. Noch eine Woche bis Heiligabend. Das läuft, Leute. Ab geht's. Die letzten Folgen waren mehr als mau. Heute muss da mal wieder was dabei sein. Vor allem, dass Stunde der Wächter eigentlich echt ein gutes Display, ne, nicht so mal. Also, ne, ein guter, die es hier unten ist. Sander, Waumball, Tentacher, Deluasi, Knufenza, Mondscheibenpodium, Maschok, Squagro, 4-9-2-reverse. Und die Rare ist... Bullshit! Wuhuuu! Ich bin begeistert von Bullshit. Yay. Ich hätte nix dagegen. Hallo, Macholo, Weimar, Miniras, Reislaus, Aluna Kleidstein. Eigentlich will ich auch zumindest dafür sorgen, dass die Folgen nicht so schnell rum sind. Aber ich will jetzt einfach endlich mal auf meine gescheite Karte ziehen. Ich gucke weg und dann gucke ich hin. Bitte. Wieso? Ähm, noch ist diese Folge nicht verloren. Die Nummer 17. Sondern erst nach diesem Pack. Yay. Das sieht ja toll aus. Ich hab'n fettes Ding mit ner Eier in ner Beuteltasche. Nen eingefrorenen Fuchs. Nen lebenden Müllsack. Nen komische Knospe. Nen Panda, der Gras raucht. Nen Pflaster, auf dem Wasser tropfen ist. Nen Hammer. Nen komische Nemo. Äh. Und ne hyperaktives Viereck im Kühlschrank. Was kann sich daraus nur für eine Rare geben? Eine, bei der ich nicht hinkucke und mal wieder. Und zwar. Alter, bitte sag mir, es muss echt nicht mal was Gutes sein. Es muss was Gutes sein. Endlich. Wolverog GX. Jawohl. Der 17. hat wieder mal was gebracht. Hm. Jawohl. Hm. 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 Endlich ist der Fluch, ähm, fort. Wir sehen uns beim nächsten Magier.